Wir kommen jetzt zum letzten Tanz von der Barathe Trachtendruck in München. Und es ist etwas Besonderes von uns, den Heimdruck Tanz zu werfen. Zumal uns Peter Schweininger den Tanz von der Deutsche Barathe Jugend und Trachtendruck in Deutschland choreografiert hat, 2012 im November war es, in dem brauchten Seminar. Und wir hoffen, wir können zufriedenstellen von Peter, den Tanzteint präsentieren, einfach ein. Dankeschön. Ich möchte jetzt eine Reihe Kutushoch-Tanz machen, mit der Lördung. Und ich wünsche mir erst, dass der Schweininger Peter das Neckl-Kolöngel-Fahrt hat. Nehmen wir großartig, wir haben einen Schwab-Tanz-Support. Gut, ich darf mich meinen, vielen Dank. Geht dein, vielen Dank. Wow. Och das ist ein, vielen Dank. Ich möchte noch ein bisschen, vielen Dank. Nee, vielen Dank. Ich sage, vielen Dank. Und daher habe ich noch mal eine Bedeutung hier. Ich möchte jetzt sogar noch ein, vielen Dank. Ich möchte noch ein Hatschleisch, vielen Dank. Ich möchte mich wirklich an Ihren, vielen Dank. Musik Musik Leider war es nur ein Traum, er war so wunderschön, so schön war zu sein. Musik Leider war es nur ein Traum, er war so wunderschön, so schön war zu sein. Musik Leider war es nur ein Traum, er war so wunderschön, so schön war zu sein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020